hallo und herzlich willkommen zur folge 4 von ARK. Ich habe ja letztes mal überlebt. Ich bin mal gespannt wie das heute weitergeht. Draußen sind einige Dinos und ich weiß gar nicht was ich jetzt im Moment machen soll, weil ich habe natürlich Angst wenn ich rausgehe, dass ich dann nicht mehr so lange lebe. Deshalb gucke ich mal was ich noch herstellen kann. Eigentlich nichts, das habe ich mir schon fast gedacht. Max Haltbarkeit, Waffenschaden 100 Prozent. Eine einfache Nahkampfwaffe, die es auch geworfen werden kann. Ich glaube ich mache mir mal noch einen Knüppel. Räumen wir mal hier unten mein Inventar auf. Und hau mir den Knüppel da noch rein. Und dann sollten wir auch gleich noch mal ein bisschen was essen. Die Dinger sind sowieso bald kaputt. Nein. Jetzt habe ich mal wieder Ausluss in die falschen Tasten gedrückt. Ich muss die ja gar nicht immer reinlegen. Fällt mir gerade ein. Sondern ich kann die ja auch hier anklicken und benutzen gucken. So. Ich habe natürlich wenig Nahrung, deshalb ist mein Gewicht so niedrig. Ähm. Okay, hier kann ich die Ausrüstung reinlegen. Das ist auch interessant zu sehen. Ich kann halt im Moment nichts herstellen. Das heißt, ich muss eigentlich hier warten. Aber das will ich eigentlich auch nicht. Ja. Ach Mann, immer die falsche Taste. Aber ich mache mir jetzt gerade mal nochmal eine Fackel, weil die andere Fackel ist ja beim Lagerfeuer. Wenn die sich gegenseitig töten würden, hätte ich Fleisch. Aber den Gefallen tun sie mir nicht. Ich probiere mal in der Nacht, Alter, Zeug zu sammeln. Das kann natürlich völlig in die Hose gehen. Was ist denn das? Wo ist das Ding jetzt hin? Ich kann jetzt eigentlich nichts machen, weil ich Angst hab. Ich will nicht, ich will nicht hier weggehen. Ich will, ich will nicht sterben. Und deshalb bin ich, äh, gerade so feige und bleib hier. Da ist wieder das Ding. Aber eins mit Level 7? Oh, hallo. Warum kann ich das nicht schlagen? Das ist bestimmt Nahrung. Oh, ich gehe gerade... Ich bin erschöpft. So ein Kack. Ich wollte das Ding da haben. Ich wollte das Ding da haben. Und jetzt ist es wieder abgehauen. Wo ist es hin? Und wann wird es wieder Tag? Ich habe einfach zu viel Angst in der Dunkelheit. Muss ja jetzt endlich mal vorsichtig sein. Ich kann ja nicht... Ich kann ja nicht jede Folge sterben. Da war gerade ein Symbol auf der rechten Seite. Ah, das zeigt mir sogar an, wann ich hier was, äh, aufzammeln kann. Der ist kalt. Ach, mein Feuer ist auch ausgegangen. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Na, warum bewegt er sich jetzt nicht? Hm. Feuer anmachen. Und dann basteln wir uns gleich noch eine. Oh, schön warm. Draußen rennt irgendwas rum. Eine Schildkröte. Ein Flugsaurier. Und sonst, glaube ich, nichts. So ein Schildkrötenteil ist halt, glaube ich, nicht so einfach zu erlegen. Und dann, glaube ich, nicht so einfach zu erlegen. Ich bin ja auch ein Schildkröte. Steh auf. Na, toll. Jetzt ist der Speer kaputt. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist doch, ist doch nicht... Kann doch nicht möglich sein. Vor allem ist jetzt wieder alles weg, was ich hatte. Aber das muss ja irgendwo noch sein, oder? Ist es noch da, oder nicht? Und wenn ja, wo? Oh. 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 Oh, Mann. Warum habe ich die Schildkröte angegriffen? Warum? Okay, um Essen zu kriegen. Ja, aber trotzdem. Oh, ich bin wieder da. Alter, wie geil. Und da ist mein Leichnam. Was kann ich mit dem jetzt machen? Ah. Alles nehmen. Sehr gut. Okay. Okay, 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 okay. Also ich habe all mein Werkzeug wieder. Zum Glück habe ich den gefunden. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir sammeln hier noch ein bisschen Zeug auf. Und gucken, dass wir unsere Häuser noch ein bisschen vergrößern. Und dann, ja, müssen wir uns noch ein bisschen weiterbilden. Um uns dann mal so langsam was zum Anziehen zu machen. Dann frühen wir wahrscheinlich nicht so schnell. Ähm, was können wir dann noch machen? Ja, erstmal, das würde ich sagen. Also ich würde gerne das Häuschen um eine, ein Quadrat noch, beziehungsweise zwei Quadrate noch erhöhen, äh, erweitern. Na, geht wieder nichts mehr. Gibt es hier nicht so was wie eine Schere, dass ich noch mehr Fasern aus den Dingern rauskriege? Das wäre doch cool. So wie in Minecraft, die Schere, die dann, ähm, eben sowas ermöglicht. Ich habe ein Level Up, das ist schon mal sehr nice. Dann können wir uns bestimmt gleich noch was erforschen. Ich habe ein Level Up, das ist schon mal sehr gut. Eine Kiste wäre wichtig. Dann könnte ich da mal ein bisschen Zeug ablegen. Ich schleppe ja gerade alles mit mir rum. Oh, jetzt will der mich angreifen? Ja, will er. Äh! Oh, was ist denn das? Ey, das gibt's nicht. Oh, Mann! Die Lophosaurus, Level 1. Toll, Level 1, weißt? Das ist zum Haare ausraufen. Letzte Folge bin ich nicht gestorben und jetzt sterbe ich gleich zweimal. So, wo war jetzt mein Häuschen? Das muss natürlich jetzt die erste Option sein, mein Häuschen wiederzufinden, damit ich weiß, damit ich einfach sicher bin. Ich muss eigentlich nur am Wasser entlang und dann müsste ich wieder hinkommen. Lass mal da durch, oder? Naja, bleibt mal stecken. Ah, ich glaube, das ist immer richtig. Oder doch nicht. Doch, der ist immer richtig. Ah, immerhin. Wir müssen jetzt natürlich erst wieder Zeug sein. Weil wir haben ja noch eine Kiste. Jetzt hat man eine Kiste und dann das Zeug reinmachen und dann wäre das einfacher. Hä? Ich habe doch ein Level Up bekommen. Ach so, Level Up bedeutet das hier. Äh, Resistenz. Machen wir mal. So, jetzt Kiste, Kiste. Wo ist die Kiste? Wo war die Kiste? Hier. Alarm. Hat geklappt, hat geklappt. Ähm, Stoffhut. Weißt du aber nicht. Ich glaube, ich mache mal einen Schlafsack. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass wir jetzt wieder, äh, bei Null anfangen müssen, sozusagen. Ich weiß gerade auch gar nicht, wo diese, wo diese Tierchen waren. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein, das war ungeschickt. Das war einfach ungeschickt, was ich da gemacht habe. Oh. Ich habe sie eigentlich gesehen und da hätte ich schon einen Cut machen müssen, bevor die mich eben ins Visier nehmen. Da war ich einfach zu langsam. Habe ich nicht mal genug Zeug für eine Fackel? Habe ich wirklich nicht, ich habe keine, ah ja klar, ich habe keinen Feuerstein, deshalb geht es natürlich nicht. Ähm, nicht Escape. Was ist denn jetzt schon wieder? Ah, wo kommen die denn her, Mann? Hm. Geht, Geht, Geht! Schöne! Geht! Oh. Hey, die mit ihrem komischen Schleim. Ich muss ein bisschen was essen wahrscheinlich, damit ich wieder reagiere. Oh, Gesundheit bei 20. So ein Kack aber auch. Jetzt muss man halt gucken. Irgendwo wird wahrscheinlich noch einer auf mich warten. Ich bin so kaputt, ich kann nicht mal springen. Na, warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich dem nicht irgendwas zu essen geben? Ich könnte den wahrscheinlich auch irgendwie, irgendwie, ähm, aber ich weiß nicht, wie das geht, ähm, vielleicht so, ne. Ach, der ist tot. Dann kann ich den wahrscheinlich, ja, wenn ich ihn getötet habe, kann ich ihn natürlich nicht mehr wieder bewegen. Krieg ich dafür vielleicht Fleisch mal? Halten für mehr Optionen. E-Inventar öffnen. Ich will das Fleisch von dem haben. Sieht so aus, als könnte ich von dem Mörkern Fleisch kriegen. Ist ja schade. Ja, ich würde mich paranoiern. Ich würde mir baconят. Da würde ich unterscheiden. Erst seitlich, ich sehe ein intensityes findest Promötiger. dass wir jetzt ungefähr einen Platz haben, wo wir eine Base uns bauen können. Also, da geht zwar noch nicht viel, aber immerhin ähm Ach, jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich das Ding wegkriege. Wahrscheinlich so. Wie geht das, man? Hm. Wie kann ich das denn deselektieren? Ich habe mal wieder keine Ahnung. Ich muss doch irgendwie das hier wegkriegen. Aber wie geht das? Dann lassen wir es fallen. Ne. Ne, wir machen jetzt folgendes. Wir gehen jetzt nochmal ins Häuschen. Es wird auch schon wieder Nacht. Und wir gucken dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Kann ich jetzt nicht mal die Türe zumachen? Doch. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ähm, wir haben unseren ersten Dino getötet. Sind leider auch gestorben, aber das gehört nochmal dazu. Ähm, und ja. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Tipps und Vorschläge habt, schreibt es in die Kommentare. Ähm, ja. Und dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Ciao.